Und ich würde sagen, bei der Kiste werden wir uns einfach nur nach oben. Sicher ist sicher. Ja. Nee, nett, dass wir uns an einen See kommen, der zugefroren ist. Äh, wir machen es am besten so. Äh, ich hol Leitern und dann machen wir uns straight ahead nach oben. Das wäre vielleicht auch nicht geschickt. Die Kiste hier muss auf jeden Fall überleben. So, Diamanten rein. Gold kommt hier rein. Dann haben wir Eisenerz noch. Ja. Kohle. So, ich hab... Boah, Eisenerz schon 64er Stack, überleg mal. Na, wir... das brauchen wir aber auch. Oh, fuck. War das hier meine Mühle? Oh, fuck. Ja, das war deine. Alter. Freak, was geht? Zwei Creeper. Nee, das war niemals Öle. Ich habe ein Eftemparkt. Ach, das war mein Loch. Shit. Nee, das war Freak seiner. Hier hat er Diamanten gefunden. Alter. Geht's? Ich hab zwei Creeper aus der Denke. Ist das deine, Frank? Mhm. Gut, ich markier sie mit zwei fucking... Kann man doch selten mit meinem jungen Herz machen. Ach. Alter. Ich hab mir fast die Hose gemacht. Hier. Und die Kamera war nicht dabei. Scheiße, ey. Ey, in der Schlucht da, da hängt übelst viel Zeug rum, hä. Die Schlucht ist fett. Alter, die hängt Eisen vom Feinsten rum, ne? Ja. Und wie viel? Geil. Richtig geiles Ding haben wir da gefunden. Also, da hat sich die Höhlen-Expo doch schon gelohnt. Auf jeden Fall. Wow, warst du das oder war das ein Zombie? Ich war das. So, hier wird auch noch Kohle mitgenommen. Ja, auf jeden Fall. Die müssen wir richtig ausschlachten, hier, die Höhle. Ja. Am besten noch mehr Diamant. So viel wie geht. Oh, hier ist aber eigentlich gefährlich viel Lava, Mist. Machst du zu? Wir haben doch genug Koppel. Nee, lass offen, das ist eine Lichtquelle. Wir bauen außenrum, fertig. Oder lass zumindest, mach so ein bisschen kleiner. Kannst die auch machen. Oh, ein Arsch voll Ritz-Zone wieder. Wo seid ihr? Am Eingang. Bin irgendwo in der Höhle. Ich war ja die ganze Zeit da. Hübs. Boah, 23 Eisenerz bei mir. Gut, 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 gut. So, jetzt müssen wir... Oh, Eisen gefunden. Hier, den ganzen Ausmaß der Schlucht mal. Muss mir jemand... Boah, da hinten ist richtig bösartig dunkel. Leuchtet hier auch schon alles aus? Oh. Das sieht ja mal richtig fett aus. Alter, den hab ich ja gar nicht gesehen. Ich schlag hier mal einen Weg frei, damit wir da hinten hinkommen. Oder? Ah, da geht's noch... In der Schlucht gibt's noch mehrere Abzweigungen. Ah, das fällt ihr früher auf. Ich war da hinten, nein. Achso, hier ist er der Kammergarten in Lava schließen, ne? Doch. Klar. Nur wenn es zwei Blöcke tief ist, dann muss man zwei oder drei Blöcke draufsetzen. Kling, kling, kling. Ja, das ist irgendwie dieses Geräusch. Boah, Alter, noch mehr Eisen. So, da war eine kleine Redstone-Höhle. Begleitet mich gleich mal einer zur Safe-Score, weil ich hab 37 Eisen und über 64 Redstone. Okay. Oh, da hinten... Oh, shit, da hinten ist ein Achmed. Sofort eliminieren. Wenn der dich anschießt, ist es aus, Alter. Fällst du in die Lava. Alter, Alter. Ey, Achmed, schleich nicht so um mich rum. Ich trau dir nicht. Oh, ich hab irgendwas zu schlagen hören. Oh, da hinten ist noch Eisen. Ich mach mir grad mal einen Safe-Weg zum Achmed. Gut. Shit, da ist ein Zombie noch. Riskier nichts. Zieh dich lieber zurück. Da ist er. Kommt mir her, Penner. Haben. Gut. So. Ach du Scheiße. Wow. Das war knapp. Alter, ich hab eben irgendwo einen Pfeilschuss gehört. Ich auch, aber ich renne jetzt erstmal zur Safe-Truhe. Ich weiß, wo eine Tour die ist. Aber klar, ich werde ganz schön fackeln. Oh, geil. Ab zur Safe-Truhe. Oh, nein! Ich wurde abgeschossen! Nee. Was hattest du alles frei? Nee. Ich, ich hatte jetzt ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle vielleicht. Also, kein Diamant oder so. Ja, ich werde hier auch in Labanzen verdammt, Mann. Och, nee. Alter! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, und ich hab Arschviehzeug. Ey, hol mich mal bitte jemand ab. Scheiße. Wo bist denn du gespawnt? Nee, der Frank lebt noch. Scheiße, das darf ja jetzt nicht wahr sein, oder? Boah, du elende Ratte, du. Äh, Frank, wo bist denn du? Keine Ahnung, da der Aschi irgendwo. Du dreckiger... Boah. Wo bist du? Äh, ja. Scheiße, Leute, wo geht's denn hier? Da oben ist er. Scheiße, ich hab keine Pfeile. Frank, komm einfach mal mit mir, wenn du Zeug hast. Ich bring dich rein. Nee, der ist hier oben, der ist hoch. Ey, das darf ja nicht wahr sein. Ey, ich weiß nicht mehr genau, was ich im Inventar hatte. Das muss ich mir im Replay auf jeden Fall nochmal angucken. Über dir? Mhm. Da oben ist er. Verdammte Axt. So ein ekelhafter Typ. Okay, hier ist alles mit Fackeln vollgemüllt. Das sieht ganz gut aus. Scheiße, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Wohin, 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 wohin? Weg hier. Hier lang. Wo ist dieser Ultra aus? Hier. Wo ist denn hier? Wann. Mir ist schlecht. Gott. Wo ist denn dieser Eingang? Hier. Kannst du da? Komm, folg mir. Ah, da hinten ist die Doppelfackel. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja, muss halt gucken, dass du die richtigen Wege läufst. Ich warte bei, äh, auf dich bei der Truhe. Ah, da bist du ja. Boah, krass, ey. Wie viel fahrtest du jetzt im Inventar? Ich, ich weiß es nicht. Ich... Pfff. Aber keine Diamanten, oder? Nee, 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 nee. Aber trotzdem, ein bisschen Eisen. Bisschen Kohle. Meine Ausrüstung, meine ganze. Wo hat denn der mich reingeschossen, der Assi, ey? Habt ihr noch irgendwelche Sachen von mir rumfliegen sehen? Nee, du bist ja in die Lava. Und in der Lava wird dir alles instant verschwört. Schon wieder ein Pfeil! Ja, da sitzt so einer. Ey, du elender Camper, ey. Wie kriegen wir das ganze Material da hoch? Da oben ist er, der Drecks-Huren-Bock. Ich bin gerade mit mir auf. Wie kriegen wir das Material da hoch? Leute, ich will Rache. Ja, das ist in Ordnung. Komm her, du... Du bist... Ja, du hast ja nichts. Äh, Jan, soll ich dir mal ein bisschen was an Spitzhacken mitbringen? Du Affe! Ja, jetzt geht's dir genauso wie mir. Dreckspenner. Bitte was? Soll ich dir mal ein bisschen was an Spitzhacken mitbringen? Äh, ja, ich bin relativ nackt. Ich hab noch nicht mehr Essen. Ich hab gar nichts. Ja, okay, dann. Scheiße. Ähm, ich... Wow. Ich würd sagen, wir machen hier mal einen kurzen Stopp. Mhm. Und ich muss mich erst mal neu versorgen und... Jo. Ja. Bis demnächst. So, da bin ich auch wieder. Äh, ich muss noch... Wir müssen noch fünf Minuten voll bekommen. Der Freak hat mich grad mit drei Hacken und ein bisschen was zu futtern versorgt. Ja. Ähm... Ähm... Jo. Ich folg dir mal unauffällig. Oh, ich... Oh Gott. Höh, wie? Äh... Oh Gott. Leute, kommt mal bitte das Share-Kiste her. Warum? Äh, Freak, mach doch mal ein bisschen, äh, die Laber da. Achso, Jan bringt viele Leidern. Der Jan ist schon wieder unten, ne? Ja, dann muss ich Leidern mit... Nee, weil ich hab'n Frank gesagt, der soll Leidern holen. Und... Du wolltest Leidern holen. Ich wollte. Mhm. Du wolltest Leidern mitbringen, dann buddeln wir uns nach oben. Ja, ich... Ich bin halt schon... Ne? Ich bin halt wieder unten. Er guckt ja ein Expo und dann noch ein bisschen weiter. Nee, weil, nochmal für die Zuschauer, ähm... Wir buddeln uns ein Loch. Wow, bei wem war das? Bei mir. Leute, wo ist Side-X? In der Höhle. In der Höhle, wir da unten am Lava. Äh, wir buddeln uns ein Loch direkt nach oben und, äh, arbeiten dann mit Leitern. Das finden wir auf jeden Fall besser, als wenn wir uns mit der Spitzhacke so schräg nach oben bohren. Frank, wo bist du? Ja, ich bin schon, Mann. Ja, ich hab schon angefangen, da so ein Ding nach oben zu bauen. Das war direkt an der Kiste, wenn man alles direkt hochtragen kann. Ja, ich komm mal zu dir. Das ist eine gute Idee. Haben wir Leidern? Hast du genug Leidern, oder? Ich hab gar keine Leidern. Scheiße. Ich hab Holz dabei. Hm, so viel Holz... Und drei Leidern hat. So viel Holz wirst du aber nicht haben. Hm. Doch, hab ich. Ich würd sagen, das ganze Wertvolle machen wir gleich ins Kistenlager im Haus. Okay, dann kommt mal her, ihr zwei. Dann Treffpunkt Kiste. Was gehört ihr an? Bitte was? Für das ganze Wertvolle nutzen wir gleich das Kistenlager im Haus. Ja. So, wo... Wo machen wir die Leidern hin? Direkt neben die Kiste, oder was? Hier, hier. Komm her, guck. Ah ja, okay. Dann... Da geht's hoch. Dann let's go. Dann crafte ich euch mal ein paar Leidern. Ja, so viel wie geht. Ah, das geht ja nicht mehr. Der Trick geht leider schon lange nicht mehr. Aber die unterste Leiter kannst du wegmachen, da können wir dran springen. Oh, es könnte doch ein bisschen sehr knapp werden. Ja. Ach so, die Mucke habe ich jetzt natürlich auch rausgemacht. Äh, scheiß drauf. Gesundheit. Also ich habe jetzt hier nochmal drei Leidern. Ich mache den Shitma 2 breit. Warum? Ich weiß nicht warum, aber das... Das ist mir eh nicht sicherer. Ja, so... So geht es. Jo. Macht ihr mal da oben. Blob. Okay. Au. Peace. Äh, du stirbst gerade da oben, oder? Wäre beinahe gestorben. Deswegen hasse ich nach oben graben, so. Oh, haben wir noch eine Fackel? Hier oben ist ziemlich duster. Ja schon, aber ich weiß gar nicht, wo ich... Alter, ihr müsst... Müsst... Eben hat einer eine Leiter verkackt. Ich wollte gerade sagen... Alter, ihr müsst mich runterlassen. Ich hatte... Ich habe noch zwei Herzen. Vorsicht. Vorsicht. Wow. Wow. Der war geil. Okay, gut. Äh, Leute, das hat keinen Sinn. Wir buddeln uns nach oben. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann. Geh mal bitte weg. Tschüssi. 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 Tschüssi.